Okay, Leute, es geht weiter mit Super Mario Advance 4. Und hier komme ich nicht durch, schade. Erste Welt. Mario Start. Und was ist das für eine Welt? Was zur Hölle ist das denn? Verdammt! Aber wie hat mich das jetzt getötet? Okay. Ich kann doch mitleben. Ja. Fortsetzen, ist klar. Ja, komm, Welt 2. Der erste, der zweite Fail, glaube ich. Weg mit. So ein kleiner Wicht hat mich getötet. Ey, Mario muss sich echt schämen. So. Ach, stirb hier. So, weg. Okay. Ist hier irgendwo ein Pilz oder so? Ich hätte einen, oder einen Stern. So. Verdammt. Ich hätte das gebrochen können. Din, 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 din. Din, 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 din. Und wenn ihr denkt, wieso ich das, äh, nicht so erstaunt bin, dass ein Stern, ähm, dass da ein Musik-Element ist. Der Grund dafür ist, der Grund dafür ist, das war irgendwie klar, dass da irgendwas sein muss. Sonst würde man, sonst würde man da nicht hochkommen. Willst du mich verarschen? Ach, komm, nochmal. So, komm. Dir nochmal, die Scheiße. So. Din, 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 din. Just what I need it. Ach, du Kacke. Und so. Din, 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 din. Ach, komm. Mach da einen auf Samus, oder warum springt er so behindert? Ach, komm, schon wieder, die Kacke. So. So. Und so. Din, 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 din. Din, 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 din. Okay, die... So kurz vor der Welt... Ey, die Welt, ne, das ist echt schlecht hier. Komm. Und ich bin kurz vor dem Ziel auch noch gestorben. Aber wieso sind die Level zu kurz hier? Ich verstehe gar nicht, wieso das so kurz sein muss. War das nicht mehr die Kartenspiele? Setze die drei Teile eines Bildes. Ja. Okay, was behindert das? Irgendetwas mit... Okay, reingekackt. Din, din, din. Okay, was bist du denn? Dankeschön. Kann ich ja rein? Din, 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 din. Das war doch ganz knall ab. Hätte echt gedacht, dass hier so einer von diesen komischen Viechern da sind. Ach, fick. Fick dich doch. Ist ja das Ziel. Bitte sei das Ziel. Bitte, bitte, bitte. Okay, so schnell ging es. Hey, wieso ist das Level so kurz Ich versteh's nicht, wieso soll das Wieso ist das so kurz Hat das einen bestimmten Grund oder haben die Entwickler Dabei nix mehr gedacht, weil das der letzte Teil von Super Mario Advance 4 war Ähm, bin ich im Schloss Hier sind die Wum-Oms Oder so viel schöner Geprägt und ausgezeichnet Oh, wie geht's Oh, ein Boohoo Okay, die sind auch besser Die sind auch ein bisschen gruseliger aus als die anderen Weil die anderen sehen irgendwie süß aus Ich bin nicht schwul Nein, ich bin nicht Ich bin nicht homosexuell orientiert Verdammt Mama Mia Mama Mia, Döner Kann ich speichern Okay, da ist der kleine Wichser Den werde ich auch noch schnell töten Aber die Musik ist geil Ich glaube, ich werde jetzt mal Komplett dieses Spiel durchspielen Weil das ist irgendwie ganz simpel Oder sehen wir mal Vielleicht wird's auch ein bisschen schwieriger Ich hoffe es nicht Aber ich, warte Wie viel hat eigentlich Feine Messenger damit gebracht Also verbracht Um dieses Spiel zu nicht durchzocken Das weiß ich eigentlich gar nicht Das muss ich aber langsam angucken Willst du mich verarschen? Ach Komm Komm nochmal Warte, warte, warte Ach scheiße Ich hätte Oh Ich hab hier diese Items Die kann ich benutzen Da kann ich so verwandeln Deswegen Ich hab die letzten Mal rausgefunden Wie das funktioniert Kein Stress für mich Oh, das war knapp Din, 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 din So Ach, fick dich, du Geister Böse Musik Ich hör immer noch den Geist Ich wusste, dass irgendwas Sowas passiert Was willst du, Geist? Halt die Fresse Halt die Fresse Okay, komm weiter Komm ich jetzt zum Boss Das war knapp Ich wäre jetzt fast durchgezogen Komm ich jetzt zum Boss Was der Helle Fick dich doch Was zur Hölle? Das ist nämlich durchgezogen Fick dich Fortsetzen Oh, komm Wieso fehl ich jetzt rum? Wieso zum Teil Wie fehl ich jetzt rum? Und ich habe wieder vergessen Items zu sammeln Okay, komm So Komm Beil dich Ich brauche einen Stern oder so Ich habe ein Gefühl Dass ich gleich wieder sterbe hier Bei dieser einen Stelle Okay, nicht diesmal getroffen Zu Glück Sonst hätte ich wohl einen Austick bekommen Ein Pilz Der in die falsche Richtung geht Ist klar Bei mir geht es immer in die falsche Richtung Ist klar Beil dich Beil dich Jetzt kommt noch einer Mach dich bereit Ich komme Oh, das war knapp Das war knapp Zieh, zieh, zieh Okay, da ist nichts mehr Aber wieso ist das denn da? Keine Ahnung Was der Hölle wartet auf mich hier Ist das immer die gleichen Bosse? Tod Und meins Dün, 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 dün Halleluja Geschöpft Yeah Yeah Es hat sich geöffnet Ja, ich will speichern Speichern haben wir Ich gehe jetzt wieder zurück Und hole mir diesen Pilz da Und? Ja, ich hole mir was Ein Pilz Dankeschön Wie ich es vorausgeahnt habe Und hier komme ich Okay Und komme hier raus Nichts Besonderes Ein Felsen, der mir den Weg blockiert Ähm Den Pilz nehme ich mal Weil ich jetzt gegen den kämpfe Und bestehen will Geschafft Was ist das denn? Was ist das zum Teufel denn? Okay, hier Dritte Welt Die dritte Welt Da kommt wieder was Böses Ja, du kannst nicht fliegen Boah Okay So Dün, 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 dün Dün, 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 dün Oh nein Wieso genau ausgerechnet ihr Teile? Warte, einer von denen ist bestimmt auch noch böse Ich wusste es doch Ach du Kacke Einer von denen wollte mich Oh, fast wäre es gewesen Fast wäre es gewesen Ich warte Ich warte noch Okay, ich bin sicher Okay, wir will mal sehen was passiert Wenn das jetzt weiter geht Okay, dann wäre ich stecken geblieben Das Level Haben wir geschafft Dün, dün Welt 2 Dankeschön Komm Komm Ähm Okay, hier geht's da hin Was ist das denn? Mario Start Ähm Irgendwie komme ich mir so verarscht vor Ich weiß nicht wieso Ich frage mich gerade, ob ich das machen sollte Hä? Willst du mich verarschen? Hä? Wie soll ich da durchkommen? Muss ich einen pilzen? Muss ich einen von denen mitnehmen oder was ist los? Hä? Wie soll ich da durchkommen? Achso, ich muss hochspringen Hast du eine Hölle? Willst du mich verarschen? Du ekelige Sonne Ich dachte, die war als Dekoration da oben Ach, ich muss das schaffen, um da durchzukommen Du ekelige Sonne So, geschafft Hä? Willst du mich verarschen? So Boah, lecke mich am Sack, du kleine Sonne So eine dämliche, verfickte Sonne Nervt mich hier die ganze Zeit Mann Komm Ich glaube, das hier ist die Quittung Warum, dass ich gesagt habe, das ist ein leichtes Spiel Okay Ach du heilige Kacke Ah, Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick, Fick Hochgenommen, verfickte Sonne Geschafft Noch ein Stern, ey Gut so Dämlich die dämlichste, dämlich die dämlichste Sonne Sag ich doch, sag ich doch Dämlich die dämlichste Sonne Ein Pilz Ich hab eigentlich genügend jetzt Pilze Was ist dieses Akkordeon-Ding da? Kann ich eine fünfte Welt? Aber ich mach nach der Reihe Aber erstmal Ein Item Ich mach mal diesen Musik Da schlafen die, da schlafen die alle? Ah Wo zur Hölle bin ich? Dün, dün, dün Da kann man irgendwie hoch Das seh ich doch Aber momentan kann ich das wohl nicht So Dün, 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 dün Oh, Fick dich So Leck mit dir Ach, leck mich Just what I needed Dün, dün, dün Oh, ho, ho Dün, 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 dün Du, Puh Auf dein Gesicht Ich schwör auf alles Mann Ey, so kurz vorm Ziel So kurz vorm Ziel Und da kommt so eine kleine Pussy Und will mich irgendwie angreifen hier Scheiße, ich hätt das gebrochen können Kommt jetzt ein Pilz? Gut so Just what I need Okay, nicht Oh Ey, so kurz vorm Ziel Puh, 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 puh Wieso fehle ich jetzt? Wieso? Verdammt So, weg mit dir Verdammter Störenfried Ja Dün, 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 dün Dün, dün Ich brauch den Pilz Just what I needed Ist klar So Dün, 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 dün So, ich zieh jetzt Ich zieh, ich zieh Ach, scheiße Egal, komm Ein Leben gekriegt Ey, ich hatte auch noch ein Leben Warte Wie viel mit, wie viel mit Und hab ich 15, okay Ach, ich muss diese scheiß Pyramid machen Pyramide Und was ist das? Gehen wir mal rein Und sehen uns mal Oh nein Ich ahne, Schlimmes Ich ahne, Schlimmes Hä? Hä? Muss ich klein sein Oder so? Irgendwie kommt das so Oh, komm Trifft mich Dankeschön Habe ich das jetzt umsonst gemacht? Aber muss ich klein sein Um hier durchzukommen? Oder bin ich einfach so dämlich Um das hier zu öffnen? Ich glaube, ich bin eher zu dämlich Um das zu öffnen Ja, ich bin dämlich Okay Okay Langsam Ganz langsam Kann ich da rein? Wieso ist das denn da? Oh Was der Hölle Ach komm, ich brauche welche von denen? Ich brauche welche von denen Habe ich das geschafft? Bitte, bitte Ich habe keinen Bock mehr Ich habe keinen Bock mehr Wieso muss denn mal ausgerechnet diese Teile kommen? Ich habe keinen Bock auf euch Komm, 15 Minuten Ich will noch 20 Minuten Das hier alles schaffen Ähm, Pilz Ein Kampf gegen den hier Und? Was bekomme ich? Ein Hammer? Ein Hammer? Ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll Aber ich habe einen Hammer bekommen Juhu Setze die drei So Ach komm Ich will das Ich will das mindestens einmal schaffen Okay, nicht geschafft Den Fesen bekomme ich nicht weg Egal Dann mache ich die fünfte Welt jetzt Die fünfte Welt Oh nein Kettenhund Wieso hier ist ausgerechnet Kettenhunde Hier ist bestimmt auch so einer Ich wusste es Ich hätte gedacht, dass ich von einem Kettenhund hier sterbe Aber noch nie von einem Egal, komm Okay, ich kann fliegen Ich fliege Ich fliege Ich fliege Weil ich es kann Leute Ich weiß nicht, wozu das Rohr war Aber egal Ich mache es einfach weiter Ich glaube Wo bin ich zum Teufel? Dün 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 Perfekt Dün Dün Ach, fliegen ist immer am besten Da kann man am besten shooten Ne, Leute Am besten Am besten kann man mit diesen Okay, komm Jetzt nachs Schloss Hilfe Hilfe Was ist das zum Teufel? Oh, wie furchtbar Der König wurde verzaubert Bitte finde den Zauberstab Um ihn zurückzuverwandeln Den Dünnerspieß wiederfinden Okay, Leute Den Dünnerspieß nochmal finden Aber ist denn immer das gleiche? Oder ändert sich das Level? Okay, das hat sich ein bisschen geändert Ähm So Okay Hier bin ich sicher Hier nicht mehr, oder? Kacke So Blume erhalten Just what I needed Just what I needed Oh, knapp, knapp, knapp Fast hättet ihr mich getroffen Die ekligen Kleinen Bullet-Teams Oder Bullet Irgendwie Und so Verdammt Okay Jetzt kommt der Boss Jetzt kommt der Boss Game over Ach, lecke mich Fortsetzen Ist klar Ich lass mich hier nicht demotivieren Verdammt Ich brauchte ein paar Items Verdammt Ich kann mich gleich eigentlich umbringen Ob ich das schaffe Ich weiß es nicht Bei kleiner Junge schaffe ich das eigentlich Kleppner, 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 kleppner Forever, forever, forever So, geschafft Den, 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 den Oh, scheiße Okay, geschafft Just what I needed Hey Wer hat man dann Bullet Bill Darunter Geschafft Jetzt kommen diese komischen Viecher Die kann ich eigentlich getrost hinter mir lassen Weil die Bring mir sowieso nichts So, weg Und so Und so Komm, wo ist das Rohr Geschafft Dämlich Wie willst du da hingehen Ach komm Du regst mich auf Okay, wir können da eigentlich wieder rein Hm, okay Okay Wir sehen uns beim Boss, Leute Tschüss Wir sehen uns beim Boss